Wo habe ich die Aufmerksamkeit der Leute? Wenn ich sage, wir haben hier ein neues, wunderbar feines veganes Schnitzel oder wenn ich feine Rezepte zu diesem Schnitzel zeige? Wir interessieren uns für emotionale, unterhaltsame Geschichten. Und das ist genau das, was man lernt im Profilschwerpunkt Content Marketing. Man lernt, Content zu produzieren. Das können Sie Social Media Geschichten, Videos, Podcasts, Online-Magazine, einen Printbeitrag. Aber man lernt auch, den Content zu erzählen, das letztlich auf Unternehmensziele einzahlt. Das ist sicher das Modul Lernagentur. Dort simulieren wir mit den Studierenden, dass wir eine Agentur sind, dass wir einen Case bekommen und dafür Content entwickeln. Wir lernen auch, ein Kundenbriefing entgegenzunehmen, Budget einzuhalten, vor dem Kunden zu pitchen. Also man lernt eigentlich das ganze Agenturhandwerk kennen.